hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge stardew valley ja wir haben es gerade so geschafft noch ins bit zu kommen bevor wir wieder draußen einschlafen okay also heute ist montag haben wir heute die möglichkeit jetzt wird schwierig wir haben jetzt die möglichkeit einiges loszuwerden zum einen möchte ich das und das verkaufen aber nicht irgendwo verkaufen sondern hier die korallen genauso die scheinbar nirgends zu brauchen im augenblick zumindest noch nicht und wenn die kümmert immer wieder sammeln also nicht wundern das ist jetzt absicht ich gehe jetzt bei und sorge dafür dass dass das hier dass die goldenen alle in einer reihe sind so dass das ist sammeln edelwege blume nettes geschenk gut die kümmern direkt verkaufen und das und das können wir oben in der gilde verkaufen warte mal wir haben doch noch das und das so irgendwo zu brauchten wir kupfererz da brauchten wir kein kupfer sondern kupfererz das war sie noch deswegen hatte ich nicht geschmolzen aber ich weiß nicht mehr wofür schmelzofen ein zweiter schmelzofen brauchen wir den denn überhaupt noch oder hatten wir schon den zweiten wir haben schon zwei also dann können wir kupfer jetzt auch wieder einschmelzen kohle kupfer kupfer und kohle so das wollte ich doch noch das wollte hier verkaufen so und jetzt können wir hier haben wir auch noch mal schleim Quarz den brauchen wir nicht mehr ich weiß nicht ob wir den schon im museum abgegeben hatten 7.30 Uhr ok so das da rein und das nehmen wir mit und dann einmal zum museum denn diesen erdkristall naja diesen erdkristall den haben wir ja schon abgegeben oh hier gibt's also für gesucht schleimjäger vier grüne für 240 vier grüne schleime das machen wir aber gerne machen wir das und ich wir im im das wir das in 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 Eine Belohnung. Was ist das? Okay, eine stehende Geode kann in deinem Haus platziert werden. Na ja, sollten wir uns vielleicht mal Gedanken darüber machen, ob das Haus nicht langsam zu klein wird. Ja, gut, das Kupfer bringt uns nicht wirklich weiter. 9.50 Uhr erst. Also, wie war das? 10.50 Uhr. Ähm, nein, hier haben wir mal eigentlich nichts. 10.50 Uhr. Nein, angeln tun wir heute auch nicht. Machen wir nicht. Was haben wir denn für Sammlungen? Ja, hier sieht das schon besser aus. Kochen ist nix, Erfolge. Habe ich das jetzt eben richtig gesehen? Ja. Okay. Gehen wir hier mal hin. Wir wollen jetzt erstmal ein paar Schleime sammeln. Da ist einer. Einer. Slei. Einer. 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 Z.B. haben wir jetzt 3 zusammen, genau 3 von 4 und 3.5 Uhr, also 2.5 Uhr, also 3.5 Uhr, also 4.5 Uhr. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, 8 bis 15 Schaden. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Das ist doch echt nicht schlecht. So, wo müssen wir jetzt hin? Zum Schmied brauchen wir nicht mehr, Louis könnten wir nochmal suchen. Das ist doch schon mal. Um... Um... Okay. Ich wusste nicht, dass man das essen kann. Nein, das ist... Ja, das ist ja... Das war nicht zu viel Arbeit für dich. Das ist ja... Gut. Gut. Wir haben ein neues Schwert und haben im Endeffekt... Und... Ja, dadurch aber kein Geld oder etwas verloren. Das, was wir da unten in der Mine abgebaut haben, das haben wir im Endeffekt vertickt. Haben das alte Schwert verkauft, haben Neues dazu... Und haben jetzt mal gucken. Und haben jetzt sogar noch ein paar Kleinigkeiten, die wir neu dazu gekriegt haben. So, jetzt mal gucken, ob wir noch gießen müssen. Denn es wird ja langsam dunkel. Und hier... Ich glaube ja... Ich glaube ja... richtig... Glaube. Ich vergebe sie nicht eut능中. Ich glaube ja... Kiefernteer. Eichenharz. Und hier ist noch nichts beim Hauen. Aber das sind Sachen, die brauchen wir im Haus. So, das, das. Ja, den Erdkristall brauchen wir nicht. Den kann man verkaufen. So, das. Die Gehode muss aufgebrochen werden. Das ist fürs Haus. Und das schmeißen wir nochmal eben in den Schmelzofen. Nein. Okay. Ja, das hat nur gesagt, verkaufen. Ich hoffe, das ist jetzt kein Fehler. Kohle ausgepackt, aber das noch nicht, oder wie? Ups, die Kohle ist alle. Ja. Gut. Dann gehen wir ins Bett. So, und damit ist auch die Folge vorbei. Schön, dass ihr da wart. Ich würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder mit dabei seid. Lasst einen Daumen da, einen Kommentar. Vergesst das Abo nicht. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.